Sal kneift nicht so schnell. Finde raus was du kannst. Wir sehen uns am Treffpunkt. Scheiße! Rasch und Claire sind offline! Du musst alleine zurechtkommen während ich rausfinde was los ist! Vielen Dank Psyko! Und damit Willkommen zu einer neuen Aufnahme Session von Crysis 3! 3! 3! Von Outzider Gaming. Buck Spencer und Terence Fail. Ich weiß schon gar nicht mehr wie es geht. So erstmal spoten alle. Wir haben da letztes Mal den Nexus, zumindest einen Teil vom Nexus, hochgejagt. Damit wir die Seth mit weniger Energie... Ach so, ich muss den Suchscheinwerfer wegbleiben, gell? Ja, genau. Das ist ja die Frage, ne? So ist es gar nicht, genau. Anfeld aktiviert. Und auf jeden Fall ist nach wie vor unser Ziel, dass wir die Energieversorgung der Seth schwächen. Wie sprengt Pfeile oder was? Die wir aber normale haben. Dann musst du die Pfeile dahin rennen. Energietrig. Das ist sonst wieder feindlich. Sonst gibt's ja nichts. Nein, wo waren der? Sie sind zwar langsamer, aber immer noch effektiv. Du weißt, was sie anrichten können, also bleib in Deckung. Fängt ja schon wieder gut an. Ja, absolut. Top Sache, ne? Faktiviert. Na ja, was ist das? Nein, das war nix. Faktiviert. Fliegt alles in fetten. Ah, der ist dahinter. da versteckt die Sau wegsamer nämlich wir sind wir müssen aus dem Weg zum Park durch den Park wir sind wir müssen uns anstellen und das ist der Einzelschuss die Stabilisation so 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 Kollegen 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 wo sagt sie denn so ist so 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 es ist eigentlich schon gut noch muss es Scheiße ist da kommt er auf die Kräfte nur 2 mit dem Ort mit dem ein m mit dem Urlaub der nur diese wir genau die Falle dr ja ich muss nur noch loben zumal naja wo das umgekehrt dazu umbrezelt es gab 2 mit dem so wie die mich die vierten von aber was wird kommen die wiesnige scheint alles relativ safe zu sein in deiner Nähe liegt ein deaktiviert ein Geheimdienstmelder die nehmen ihre schmutzigen Geheimnisse wohl mit ins Grab Profit was für diese Infos siehst erster vielleicht wer mich gefoltert hat das könnte ein Fundus von Zell Geheimnissen sein ja mal schauen vielleicht finden wir was heraus oder war da interessant zu wissen genau hast du recht habe ich recht so gut zum Wind gemacht spannende Atmosphäre ein Schlupfloch ich habe sie gut auch in diesem Moment und die liebsten der schon ist jetzt na 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 meinen Mann f So, jetzt aber. Na ja, wohl. Schaut doch gut aus. Haben die die jetzt gesehen, oder? Sind die noch in froher Erwartung? Dass der Prophet auftaucht. Oh! Das ist mehr für gefährlicher. So. Der spaziert da oben herum. Sie holen die Information mit einer Eskorte. Du hast nicht viel Zeit, sie abzufangen. Nicht, dass das wichtig wäre. Aber wenn wir wüssten, wer mich gefoltert hat, könnte ich einige persönliche Dinge klären. Das wäre halt schon cool. Jetzt mal beim Nachloden, Alter. Na ja. Muss nicht leicht überleicht tot sein, oder? Wo ist denn der Scheiß? Da oder was die? Muss ich da umme? Sei Klumpot holen da. Ja, ich weiß es nicht. Meine Zeit hat mal, hey. Na? Na, ich weiß nicht. Boah! Zoana. Mann am Boden! 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 Drecksaugeschütze. Oh, vor dir steht er. Beim Pfeil. Jawohl. Oh, sagen wir mal, sehe ich nicht. Schweinsaugen. Jawohl. Aaaaaah. Schade, schade. In deiner Nähe liegt... Ich hätte mal Zeit zum... ...mann noch erschleichen. Ein deaktivierter Iron Horse, ein Geheimdienstmelder. Die nehmen ihre schmutzigen Geheimnisse wohl mit ins Grab. Prophet, falls du diese Infos siehst, erfährst du vielleicht, wer mich gefoltert hat. Mann, das könnte ein Fundus von Cell-Geheimnissen sein. Jetzt habe ich es gerade gelesen, ein sekundäres Ziel ist das. Jawohl, das weiß ich. Aber es war auch cool, wenn wir es finden, gell? Jawohl. Nein. Na, weil ich mich vorher gefragt habe, ob das optional ist oder ob das der Zielpunkt ist. Das heißt, das wird uns wahrscheinlich nicht auf der Karte angezeigt. Ja. Jawohl. Ja, nein. Oh. Oh. Ich steppe er dir geschützt. Scheiss, war ich geschützt da. Der Profi-Hacker wieder im Werk ist. Nein, das glaube ich nicht. Das ist so toll. Tatsache. Sehr cool. Der Geheimdienst-Zensor. Der Geheimdienst-Zensor ist. Der Geheimdienst-Zensor ist. Wir schauen, wo uns auf jeden Fall wartet. Vielen Dank.